Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Calliope Mini. Für alle, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Professor Karl Opi. Professor Karl Opi wird Sie durch diesen MOOC begleiten. Was der Calliope Mini genau ist, wird er von einer Expertin der TU Graz in Erfahrung bringen. Er wird Ihnen praktische Werkstattbeispiele mit dem Calliope Mini zeigen, welche Sie fächerübergreifend bzw. fächerintegrativ in der Schule einsetzen können. Der MOOC soll Sie auch bei der Umsetzung der Beispiele im Unterricht bestmöglich unterstützen. Zu jedem Werkstattbeispiel werden daher didaktische Hilfestellungen gegeben und Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt. Calliope Mini im Auftrag der digitalen Grundbildung.